Jo Leute, was geht ab? Gestern hat er noch nun endlich das letzte Team gelauncht mit Alfa Romeo, haben wir auch das zehnte Team, die sind ja auch letzte Woche bei den Testtagen noch in diesem Tarnlook gefahren, hätte ich gefährt, wenn die die ganze Season so gefahren wären, aber nein, was soll ich sagen, es ist ein ziemlich cooles Auto geworden, das Design natürlich, ja, standardgemäß, man hat es ein bisschen overliftet, aber es ist eigentlich, ja, sowieso von den Grundfarben her und auch mit dem Kleeblatt und so weiter, wie letztes Jahr. Wir werden natürlich jetzt mal auf das Launch-Video reagieren, das wurde, das so wurde, ja, so ein bisschen vorgestellt, für mich war es auch komisch, 9 Uhr oder so, glaube ich, wurde das, ich habe es komplett irgendwie, es ist an mir vorbeigegangen, ich habe da auch leider zu spät dran gedacht, überhaupt zu gucken, wenn die launchen, aber 9 Uhr Vormittag, sorry, das ist nicht meine Zeit an einem Sonntag oder, keine Ahnung, 9, 10 Uhr, irgend sowas, 9 oder 10, gucken wir uns mal das Video an, die haben wir schon ein bisschen, diese Leute, man hat ja auch einen komplett anderen Frontflügel, Wir werden natürlich auch auf die technischen Details, die mir aufgefallen sind oder auch die anderen aufgefallen sind und ich mir durchgelesen habe, reagieren, auf jeden Fall und hier ist er dann wunderschön, in rot, roter Nase Und, ja, standardgemäß natürlich auch dieses Dunkelwein, Weinrot, Dunkelrot und, ja, finde ich schon ziemlich schön, das Auto, auch mit diesen Sponsoren unten auf dem, auf diesen, ja, Carbon, auch was auffallend natürlich ist, was auch sofort in den Sorge sticht, sind diese riesigen, jetzt haben wir hier mal in der vollen Pracht mit der Nummer 24. Ich finde es ein bisschen schade, dass sich, ähm, Chong, Young, Chao, oder wie der heißt, äh, ich sage immer Su zu ihm, also, sorry, wenn man ihn anders ausspricht, aber, äh, Su, finde ich, ist am schmufsten. Ich finde es ein bisschen schade, dass sich der Junge meine Nummer genommen hat, ich habe immer die 24 genommen, wir gucken uns hier mal das erste Bild an, ähm, und so sieht er in seiner vollen Pracht das auffällig, natürlich mal, muss ich sagen, sind diese riesigen Kühlschlitze, ähnlich wie bei Est Martin, ähnlich, man hat es, glaube ich, auch bei Mercedes diese Woche, bei den Tests, sechs Tagen mal, äh, auch so, so, äh, eher so, sehr auffallende Kühlschlitze gemacht, aber auch die Nase finde ich sehr auffällig, die sieht ein bisschen aus, ich weiß nicht, ob das Licht oder die Striche sind, als ob sie so einen Knick vorne drin hätte, also so und dann so wieder runter geht, ich weiß nicht genau, ob das gewollt ist, aber es sieht man schon, ich zeige, markiert das mal, genau zwischen dem F, ja, also wo nichts ist, sieht man, als ob das so ein Knick drin wäre und die Nase vorne dann sehr steil runter geht, also, es ist, ja, ähm, auffallt natürlich auch, dass man, äh, dass man, äh, dass man die Radkappen komplett speziell designt hat, finde ich natürlich echt toll, ähm, ja, beim Heckflügel ist man eher so basic geblieben, da ist jetzt nicht viel herum oder so, äh, ja, die haben auch auf dieser Bremsbelüftung, also auf diesen, ja, kann ich da auch einen Sponsor drauf, in Carbon Look, finde ich schön, dass man da auch ein bisschen was in diesen Carbon, typischen Carbon Look gelassen hat, also, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, hier haben wir dann, ähm, ähm, C42 in der vollen Pracht von vorne und die Nase ist sehr speziell, muss ich sagen, mir gefällt sie sehr gut, der Heckflügel wirkt mir etwas sehr breit für das ganze Auto, also, der ist schon sehr, sehr breit, ähm, ja, auch, auch so sonst, also, man hat doch bei diesen, ähm, bei den, ja, man, wenn es mir einfallen würde, bei diesen, ja, länglich, also, bei diesen, beim Frontflügel, der ist sehr steil, äh, aber natürlich wird es da auch auf die Spezifikation ankommen, ob es jetzt Monaco oder doch eher eine High Speed Strecke ist, so, dann so das Ski von hinten und da hat man natürlich jetzt mal komplett den Fokus, diese richtig tiefen und großen, äh, Kühlschlitze, äh, ja, dann auch natürlich den Heckflügel, man sieht ja, ich finde auch das Auspuffloch sehr, sehr riesig, ähm, aber trotzdem, ja, auch die italienischen Farben, Flaggen hinten, auch das Kleeblatt natürlich wieder sehr, sehr symbolisch dafür und, äh, Zadar, ich dachte mir zuerst, sie haben Zalando als Sponsor oder so, aber nein, äh, dann hier von der Seite, jetzt nochmal und, ja, was soll ich sagen, sehr, sehr schön, ähm, auch natürlich, das Ohrlin darf nichts fehlen, das ist natürlich auch der namensgebende Hauptsponsor und von hinten, jetzt hier haben wir auch dieses riesen Auspuffloch, das ist echt sehr, sehr riesig, aber auch hinten, also mir fällt da auf, dieser, dieser Unterboden, der, der geht echt weit zu dem Licht bis hinauf, ähm, das ist doch, ich glaube, das sind sogar zwei Luftauslässe, ähm, ich bin sehr gespannt, ich hoffe natürlich, die können dieses Jahr was machen, hier haben wir dann auch die erste Ausfahrt, die, äh, man hat dann, glaube ich, so einen Shakedown gemacht, wie man sagt, ähm, die sind dann auch gleich ein paar Runden, ist das, glaube ich, Barcelona, sind die dann gleich auch gefahren mit dem neuen Design, finde ich ziemlich nice und hier gehen wir dann so ein bisschen, ja, zu den, ähm, ähm, ja, zu den ersten Daten, ist das, nein, 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 okay, noch nicht, ähm, man sieht hier natürlich jetzt mal genauer diese Riesenschlitze, also, diese, ähm, ähm, Motor, Kühlung und so weiter, auffallend ist auch, ja, hier haben wir noch die Cockpitansicht, so werden Valtteri Bottas und Sue in nächster Zukunft, also, circa nicht mal einen Monat fahren, ist auch sehr ein später, der Frontflügel ist sehr auffällig, das wollte ich nämlich auch noch ansprechen, hier sieht man nämlich, die haben da so Eisenwinkel draufgepackt, ich weiß jetzt nicht, ob das, ja, weiß ich nicht, also, nur zur Stabilität, ich finde es, ehrlich gesagt, richtig hässlich, aber vielleicht bringt es doch was, also, dass das Ganze stabiler bleibt, vielleicht ist es auch wegen Crash-Test oder so, dass dann sonst nicht durchgekommen wäre, hier haben wir dann auch die, wir vorhin angesprochenen, speziellen, ähm, Radkappen, finde ich auch cool, auch in dem Design treu geblieben, auf jeden Fall, also, das ist halt echt cool und dann hier die drei Fahrer, also, wir haben hier mal Valtteri Bottas natürlich, der ist neu dazu gekommen, auch, ähm, Sue, der ist auch neu hinzugekommen und Robert Kubica, ich glaube, das ist auch schon der langjährige, äh, Test, Reserve und Ersatzfahrer, also, also Reserve und Ersatzfahrer ist gleich, Test und Entwicklungsfahrer und Ersatzfahrer, hier haben wir dann den Rennanzug, ähm, ja, ist ziemlich, ja, normal, ich meine, schwarz, ein bisschen weiß und, ja, dieser eine Streifen rot, wo dann Alfa Romeo draufsteht, das gleiche dann in Bordersform, und ja, dann haben wir hier schon mal die ersten Vergleiche zwischen dem, nein, die, bevor wir uns die angucken, werden wir jetzt mal auf die, ähm, genau, auf die ersten Sachen eingehen, und zwar, ist natürlich mal, man setzt bei der, ähm, man setzt, äh, man setzt, äh, man setzt auf eine, man setzt auf eine, man setzt auf eine konventionelle Push Road Radaufhängung, also, eigentlich so standardmäßig, muss ich sagen, hier auch im Bild sieht man das, ähm, diese, äh, die, 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 die einfachen Streben und so weiter, das ist, äh, ziemlich simpel und auch ziemlich standardmäßig, dann gucken wir uns hier mal an, wie, die Sicht geht's Richtung Heckflügel, und was soll ich da sagen, genau, an der Hinterachse sind wir hier, und, ja, rund um die Ferrari Motor, also, man fährt natürlich als Ferrari Partner natürlich auch mit einer Ferrari Motor, äh, wieder hier sehr konventionell gehalten, man hat jetzt keine großen, äh, Unterschiede irgendwie gemacht, ähm, bis zum ersten Rennen könnte sich das natürlich auch noch ändern, also, man entwickelt ja nach wie vor weiter bis zum, bis zum Saisonstart, dann natürlich auch, man entwickelt die ganze Season, man muss natürlich die Cost Cap ein bisschen einrechnen, also, diese 145 Millionen, die natürlich ausgeschlossen der Fahrergehälter sind, ähm, ähm, das hat nur 145 Millionen in die Entwicklungskosten reinsteckt, und deswegen ist man da wahrscheinlich auch sehr nah an, ähm, an diesen normalen Sachen geblieben. Ja, was soll ich sagen, jetzt legen wir den Fokus auf die, auf die, auf die Seitenkästen, und dieses Jahr ist sehr im Trend, dass die Unterschnitten sind, also, dass unten auch noch ein richtiger Luftstrom durchgehen kann, auch hier beim C42, also, man sieht es ähnlich auch, ich glaube, Ferrari hat auch so eine ähnliche Technik, auch, äh, Aston Martin hat so ähnliche Reifen, ähnliche Reifen, ähnliche Seitenkästen, wir werden nachher natürlich noch einen Vergleich ein bisschen wagen, ich habe die Mercedes genommen, und auch den, äh, Aston Martin, so ein bisschen aus Vergleich, ähm, die Kühlschütze natürlich, ja, braucht man eigentlich nicht stark besprechen, die werden hoffentlich ordentlich was bringen, auffallend sind natürlich auch die Kühle, äh, die Lufteinlässe an der Vorderseite, die sind sehr, sehr riesig, ähm, größer wie bei anderen Teams fällt mir auf jeden Fall auf, und ja, dann gehen wir zum nächsten Bild, und hier fällt natürlich mal die Airbox auf, also, man hat die in der Mitte quasi geteilt, ähm, ist ja, ist eher sehr, also, das hat fast kein Tier, ich glaube, bei Ferrari hat man so einen Spitz drin, ich denke mal, das hat mit dem Crash-Test zu tun, weil vielleicht ist man da nicht durchgekommen, es muss ja, äh, spezielle Crash aushalten, und so weiter, und spezielle Kräfte aushalten, vielleicht ist man da nicht richtig, ähm, ja, durchgekommen und hat dann diese Strebe noch eingebaut, das kann natürlich auf jeden Fall sein, äh, Sinn und Zeck, der, der Strebe ist es auf jeden Fall, ähm, stabil, ähm, die Überroll, äh, Crash-Tests und so weiter zu bestehen, also, wie gesagt, sonst würde das natürlich gefährlich sein, wenn das eingedrückt wäre bei einem Überschlag oder so, man hat natürlich das Halo, aber das schützt natürlich genauso, dieser Überrollbügel Unterschiede, auch, man hat hier zwischen Frontreifen, also zwischen Vorderrad und Flügel viel mehr Spiel wie bei dem McLaren, ähm, welches Modell natürlich jetzt mehr bringt, weiß man nicht, also, man hat jetzt nicht mit großen Überraschungen bei Alfa Romeo bei den Testtagen geglänzt, leider auch mit ein paar Rückschlägen, Unfällen und so weiter, ähm, aber das hat eigentlich jedes Team so einen kleinen Rückfall gehabt, äh, dann gehen wir ein bisschen zum Hinterreifen, die sind ein bisschen weiter hin, also zum Vorderreifen, die sind ein bisschen weiter hinten wie bei McLaren, ist auch klar, wenn der Flügel ein bisschen weiter vorne ist, müssen wir noch mit den Reifen ein bisschen weiter zurückgehen, äh, dann, äh, Monocoque, ähm, Anfang, ist eigentlich ziemlich gleich, also auch mit diesen, ähm, wo früher die, äh, Bardsports waren, ist eigentlich alles ziemlich ident, dann gehen wir ein bisschen weiter hinten zu diesem, ähm, ja, zu der Airbox, ähm, ja, ist auch auf gleicher Höhe, das ist eh das, von der, geben wir auch von der Mitte aus, auch die Hinterreifen sind dann wieder gleich, aber man hat das komplette Vorderachse ein bisschen weit, Stückchen zurück, ein bisschen weiter hinten, als, ähm, als bei McLaren, auch die Nase vorne, ist ein bisschen länger, also, sind schon ein bisschen länger, muss man sagen, die Hinterachse und auch hinten hören sie damit gleich auf, also man setzt da bei der Achse ein bisschen weiter hinten an, wie bei McLaren, ob was da jetzt besser ist, keine Ahnung, aber ich denke mal natürlich, der McLaren wird schon ordentlich Wumms haben, dann haben wir den Vergleich natürlich zum 2021er Modell, äh, designmäßig hat man sich jetzt nicht großartig rausgetraut, muss ich sagen, ein kleines Facelift hat man natürlich, ob, ja, gemacht, ähm, aber ja, die Nase gefällt mir, irgendwie hat die Nase was, also, gerade die Nase an sich, der Frontflügel nicht, aber die Nase, die geht so, sie so knickt drüber, sehr, sehr interessant, das Ganze, äh, dann gehen wir ins zweite Bild, hier auch, ähm, die Frontansicht, wie gesagt, man, man hat dann halt das ganze Weiße in Rot geändert und die Nase vorne an sich, also der, der Flügel ist nur noch schwarz, finde ich auch ziemlich interessant, und hier der direkte Vergleich zu Mercedes, den ich spiegeln musste, dass wir hier einen Vergleich haben, ähm, auffallend sind auf jeden Fall mal, natürlich, ähm, dass man hinten, also, äh, bei der Motorabdeckung sehr, sehr andere Wege gegangen ist Mercedes, eher sehr steil runter, sie sind da flacher und dann hinten, haben sie mal aufgehört, auch die Nase vorne, wie gesagt, die würde ich mir gerne in der anderen Ansicht, hier nochmal mit der McLaren, die sind auch ähnlich, also, bei McLaren und sie, ähm, von der Ansicht her, aber die Seitenkästen sind, würde ich fast sagen, zum Aston Martin sehr, sehr ähnlich, also, auch der Lufteinlass, der ist natürlich bei, bei Aston Martin noch ein bisschen markanter, trotzdem, auch unten, diese ganze, äh, bei den Seitenkästen, das ist schon sehr ähnlich nicht zum ersten Mal, die noch hinten, also, ich glaube, das sind schon sehr ähnliche Autos, nur die Nase, da sind sie dann wieder in den anderen Weg gegangen, hier, jetzt mal der Nasenvergleich zum Schwestern-Tochtern-Team, quasi, ähm, natürlich, arbeiten sie nicht eng zusammen, aber sie teilen sich natürlich den Motor, und da ist die Nase, fällt schon auch ein bisschen auf, dass man, ja, bei der Nase, äh, ich weiß nicht, die sind sowieso, ich weiß nicht, ob es das Licht ist, aber die sieht ein bisschen makaber aus, äh, oder markant, würde ich mal sagen, äh, das ist auch hier dann zu Mercedes, das ist natürlich ein großer Unterschied, auch der Winkel passt nicht trotzdem, ähm, man hat eine komplett andere, äh, ja, die, die Nase ist komplett anders von der Stelle her, und hier haben wir auch das Bild nochmal, also, die, die Nase ist echt, äh, ein bisschen anders wie bei den anderen, und, genau, hier habe ich auch dann nochmal die Nase, aber trotzdem, ich finde ihn ziemlich ordentlich, ansehnlich, und bin sehr gespannt, ob die dieses Jahr endlich mal wieder anknüpfen können, man hat ja die letzten Jahre leider schon, ähm, ähm, das, das nachgesehen bei denen, und auch mit neuer, mit neuen Wind, mit frischen, mit frischen neuen Wind, und auch einen erfahrenen Valtteri Bottas, kann ich mir gut vorstellen, dass man endlich 2022 angreifen kann, falls, natürlich, man muss noch ein bisschen entwickeln, das muss jedes Team noch, und abonniert gerne den Channel für mehr, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut euch gerne auf e-z-tipp-tipp-tipp, da gibt's immer wieder coole Facts, und viel das mehr, vielen Dank fürs Zugucken, danke fürs Zugucken, und bis zum nächsten Mal, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao! I get just what I want